so ich bin live ja herzlich willkommen zu einer weiter runde borderlands am abend mit mir und den orca da ist der jäger ja hier das stück hatten wir letztes mal schon gemacht ein bisschen aber müssen wir jetzt leider noch mal machen ist ja nicht so schlimm ja dann würde ich sagen warte mal wir können da oben noch ein bisschen hier gibt es auch noch was ja ich bin voll anscheinend guck mal hier oben nichts ich glaube bei mir hatte ich alles noch voll gekauft hier war doch eigentlich noch ein auch hier ja nehmen wir mal mit das muss ich mal direkt gucken feuerrate 5,2 gewollt der pistolen ja guck dir die mal an die was für dich und die was für dich wäre feuerrate 5,2 mit zwölfer magazin das geht eigentlich an die da ist noch plus 34 so ich kann ja schon mal hier ein anlocken so jetzt kommen sie ja ja gleich wieder mal moment schnell noch ein bisschen heilung mitnehmen so haben sie ja gleich wieder mal meine mein schutzschuld weggeballert ja was denn hier leid doch was oh da ist ein feuerdings hat er hilft meine feuerdings dann nicht wartet mal da machen wir doch mal hier ne wartet mal da machen wir doch mal hier ne alter großer blauer der killt mich gleich ich stecke hier recht ah ich sehe schon ist aber egal warte mal ich kann nicht sogar heilen weil der backt hier ruf der hat mich schon wieder naja ich sehe schon halte durch alter jetzt hat er mich hier im vorne naja der killt mich gleich wieder ja er hat mich auch los draufballern dass das zeug hält na ich schaffe ihn nicht will ich nachladen dauert so lange verdammt so ein schwein dafür kriegt das jetzt so du penner so dann kaufe ich mal schnell ich muss ja ich auch ja das wird ein hartes stück da wieder hin okay okay so mein lieber ah da ist immer noch der feuer scheiße scheiße renne was das zeug hält hier hoch kommt der hier durch wieso ist denn da so ein feuer das ist ja voll fies jetzt renne ich hier unten wieder rein ja oh alter schwede bist du wieder am leben ja aber äh schon wieder tot ja da kann ich mich auch nicht nähern nee äh bleib der ist voll kacka ich kann höchstens hier mit granaten ein bisschen die bei denen mal gar nichts nützen weil ich da feuer element auf die granaten habe ist ein kleiner vorgeschmack zu hohen malen ne da ist ja der eine auch ein feuer ich weiß und noch zum richtung fahren blitzwaffe würde jetzt gut äh bei denen helfen ja das hab ich aber nicht los machen kalt er hat nur ganz wenig das schaffst du genau ja gab auch über 1000 äh xp ja und ne sniper ne sniper ja pack doch einen kannst du verkaufen äh ich fülle aber nochmal moni auf mach ich auch gleich mach ich auch gleich mach ich auch gleich ähm so moment hab ich da gerade ne willst du als erster bei der karak sein musst du die konkurrenz ausschalten am besten gehst du an dem heilautomaten und tust mal sofort heilung nehmen soo was ist denn jetzt hier noch übrig geblieben schauen wir mal ähm es geht schon besser äh es geht schon besser äh klein oder leicht äh klein oder leicht ziel getroffen ja da oben ist aber noch einer äh let's see da oben haben wir noch den großen gefutzi ja waaaaa waaaaa kippe d ja waaaaaa waaaaa 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 So, Level up und hoch. Äh, kann schmulen. Ja, ja. So. So, den hätten wir auch. Eieiei, so, gleich nochmal Munition auffüllen. Solange wir hier vorne sind, ist das ganz gut. So. Ah, ich kann wieder einen Punkt verteilen. Geht natürlich in Munition rein. Später bräuchte, später kann ich das umskillen, wenn ich dann den, ähm, Glasmod habe, der dann uns sowieso Munition regeneriert. Ja. Dann kann ich das nämlich umskillen am, äh, Reise-Dings da, ne? Was? Das hab ich jetzt auch noch gewusst. Ja, da zahlst du, da zahlst du ein bisschen Geld und, äh, da kannst du nochmal alle Punkte nochmal neu verteilen. Also du, äh, praktisch alles zurücksetzen. Genau. Ja, und, äh, das mit der Munition, wenn ich den Glasmod habe, äh, brauche ich ja dann nicht mehr beim, beim Geschütz, ne? Ja. Und, das sind ja dann immerhin fünf Skill-Punkte, die ich da woanders reinsetzen kann. Ja. Ich, äh, bin jetzt dabei, ähm, der Schaden von der Sniper zu erhöhen. Hm. Äh, die Sniper soll dich vielleicht gerade auspacken? Der ist weg. Moment. Der andere. Der ist auch dort. So, dann haben wir... Ich tu, ein schlimmer Bursch, also wirklich. Dann haben wir ja hier noch ein paar Lümmel. Hier, ab da. Hier, ab da. Schön, Feuer. Doch nicht, äh, genau wie man hier sichtstellt, also bitte. Nein. Ich hab schon wieder gemeint, äh, das Spiel, äh, kackt ab, ne? Das ist immer, äh... Hast du voll den Kopf weggeschossen. Ja. Pass auf. Oh, der Orca ist gleich hin. Ja, das ist mir aber im Moment egal. Ah, der brennt. Der brennt auch. Der hat eine Sniper-Falle los. So. Willst du sagen? Ja, komm, betreiben. Endlich eine bessere. Das ist auch so eine, die durchgehend schießt. Ja. Oh, ja, geil. Also, es ist zwar nicht die weiße, die ich meine, ne? Aber das, äh, das einzigste, was bei der hier scheiße ist, das Nachladen so lange dauert. Ja. Hier hast du noch eine Pistole. Ja. Das hab ich nicht gerechnet. Hier. Ja. Dann kannst du noch... Ja, ich benutze grad die SMG bei, äh, viele Gegner. Ja. Ähm. So, hier hättest du, äh, das ist gegen Feuer resistent. Kannst du von mir ausern. Kannst du auch verkaufen. 362. Hä? Wieso? Daniel, das musst du mitnehmen. Kannst du es mal aufnehmen? Ich bin schon voll. Ja, hab ich. So, und jetzt, ach so, du bist, äh, warte mal, hier heil dich mal. Äh, soll du mal eine Munition aufladen, bevor wir von rausgehen? Nö, nö, wird ja jetzt auch regeneriert ein bisschen. Du musst die Waffe wechseln, da, wo du Munition brauchst. So. Und jetzt halten wir uns hier schön, lassen da die, die Seite schön mal in Ruhe. Jetzt dürften nur ein paar Vögel zwar kommen. Aber die können wir von hier hinten. Will ich die Vögel machen? Naja. Wo bist du grad? Ja, hier. So, ach, haben sie schön was fallen lassen. Ein bisschen was. Das waren aber noch nie alle, ne? Da ist noch einer. Ja. Was fällt denn in, mich zu stören beim Sammeln? So, hier ist sie das Sniper-Action gemacht. Da oben. Kannst du aufs Fass schießen? Moment. Lass ich dir mal. Kannst du die Sniper hier aufs Fass nehmen? Da oben, es steht einer oben, ne? Da musst du aufs Fass schießen. Hier steht der einer ohne. Ja, ja, oben, aber erst mal den auf Fass. Da steht ein rotes Fass da nehmen. Ja. Der wich? Ja, ja. Der ist zwar noch nicht. Jetzt ist er. Jetzt. So, dann hier unten war ja einer. Kopf weg. Hast du gesehen? Ja. Ah ja, da waren ja auch reichlich. Hier, Begrüßung. Hier, Begrüßung. Der rennt weg. Da hinten. Ah. Ja, ich hab hier aber so ein Ficker. Naja, der kriegt gleich oben ein bisschen Flamme. So. Ja, was willst du? Ja, dreh du vor dein Schöpfer. Wie hast du? Da oben lacht aber noch einer rum. Ja, damit du erst mal hören, dass wir kommen. So, hier haben wir schon mal einen Teil. Wir gehen aber... Ey. Ja, war so... In der Brut drin. Naja, der hier hoch. Wo bist du gerade? Hier oben. Warte, ich komme. 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 Du bist der Brut drin. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Da weiß ich mal gar nicht, ob man reden soll, ne, so viele. Ja, da ist man richtig konzentriert, also. Ja, hier unten nicht Heilung, nimm du die mal. Da unten. Ah ja, danke. Moment, da drüber sehe ich nicht, glaube ich, noch Heilung. So, ich hole jetzt erst mal noch da oben. Noch ein Teil. So. Dann liegt hier noch das letzte Teil. Ja. Da haben wir die Quest jetzt abgeschlossen. Mit der Sniper. So, ach, naja, könnten wir ja, Moment. Ja. Hier runter. Die gibt es nämlich auch noch. Hier, guck mal. Warte mal. Äh, was sind das? Sniper? Äh, die ist genauso gleich. Genau dieselbe Sniper habe ich auch. Genau dieselbe Sniper geht bei mir runter. Ja, aber ich bin voll. Feuer, ne? Ich bin voll. Äh. Stimmt, mein Buch. Ja, hier ist die, äh, warte mal, aber hier habe ich, äh, Magazin-Größe. Äh, äh, warte mal. Ich brauche, äh, Schrank, um alles zu verkaufen. Ja, hast du getauscht, die Sniper? Ja. Ich nehme mal die mit hier. Ja. Die andere. Ja, wir kriegen bald ein Upgrade für, weißt du schon, hier vom Claptop da drinnen. Ja, dann haben wir drei Plätze mehr für den Rucksack. Ja, weil mein Rucksack ist schon voll, dass wir später irgendwann, da haben wir so viel Platz. Hier ohne sind zwei Kiste. Ja, hier oben. Äh, nur Dings, Munition und Granaten, falls du noch brauchst. Also, äh, die Waffe war jetzt eine Kombit-Reifel, aber hier so eine, so ein Einzelschuss-Ding. Ja. Ne, alles voll. Ah, hier bin ich auch voll, so. Können wir? Ja, mach. Kann nur schief gehen. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ist bei dir jemand im Stream? Ja, einer. Herzlich Willkommen. Und genieße die Schlacht der Borderlandser. Ähm, ja, erstmal hier auf jeden Fall gucken. Äh, Waffe verkauft. Wichtig. Ich gucke mal, ob ich hier ein Upgrade kaufen kann. 6.000, nee. So viel habe ich nicht. Sonst hätte ich mir jetzt erst noch für die Pistole. Ah, ja. Da müssen wir unbedingt, kann ich nicht mehr was verkaufen. Die hatte auch, warte mal, die muss ich mal, Moment. Ich muss die eine Waffe mal vergleichen. Ja. Die Combat-Reifel. Ja. So, das ist jetzt, äh, aha. Ja, da geht es ein bisschen runter. Aber ansonsten... Ja, okay, dann kann ich die verkaufen. Lass ich die. Die lass ich. Okay, jetzt ist er wieder abgehauen, der E-Mail-Frage-Wüster. Ja. Sau. Die weg. Ja, die sniper verkaufe ich jetzt auch mal die auch. Die behalte ich noch. Die auch weg. Die auch weg. Äh, ja, die auch weg. Ja, ich habe hier einige Brots, die ich verkaufen kann. Ja, da mal los. Weg. Langsame Gesundheitsregenerierung. Sehr langsam kann ich raus. Was hatte ich jetzt drinne? Schnelle. Aber dafür ist, äh... Ja, schnelle ist gut, aber... Das ist ja jetzt hier langsamer. Nicht sehr langsamer, nur langsamer. Okay, dann verkaufe ich das. Und pack das andere rein. Habe ich schon wieder 1000 XP gekriegt. Ja. Weil ich wieder was verkauft habe. Gucken wir mal. Na, die ist mit 13. Und da hier noch was? Ruhe Kapazität. Gehen kann weg. Okay. Was sehen? Lass doch mal mit meinem Geschütz, äh, arbeiten. Ja. Der tut erst mal Vorarbeit leisten. Ah, das ist schön, ne? Ja, noch einer da hinten. Hä, die hab ich erst mal weg, äh. Ich muss hier aber nochmal Granaten kaufen. Ja, ich brauche, äh... Noch mal anständige Schrotplint. Ja, hier wird's natürlich nicht leicht. Äh, sowas nutzt du ja sowieso nicht. Ich aber auch nicht. Dieser Einschussdinger. Äh, jetzt kommt hier die nächste Scheiße. Äh, bitte die Doran. Guck mal, wo ich die an. Naja, kannst du eigentlich verkaufen, weil... Das ist auch wieder diese Einschussdinger. Ja, wenn du Schrotplintfinsch bitte Bescheid sagen. Ah, ich hör Kleppi schon. Ja, ja, du schon weine. Ja, du schon weine. Ich hab diche in der Lage. Ich hab diche in der Lage. Ich hab diche. Ich hab diche! Ja, du schon. Ja, du schon. Ja, du schon. Ich hab diche. Das ist ja noch nicht. Überhören! Du bist nur auf der Heile dazu drauf. Ja. Macht nichts. Nein, das war zu spät. Wenn zurück telefoniert wurde. Ein... Einen hab ich schon wieder. Boah, jetzt muss ich auch abhauen. Ich geh nochmal neue Granaten holen. Ja. So. Nein. Ich werde niemand sterben. Danke. Ich bleib mal gleich gestehen. Ja. 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 Nein, noch. Ah, war zu spät. Aber wir haben sie. Ja. 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 Ich glaube das kommt besser. Ja. 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 du kannst du kannst du kannst du kannst durch mich durchschießen hier liegen immer die heilung hier ist smg und hier die heilung hier liegt auch noch heilung ich nehme mal von kleppi das hat nur was damit zu tun dass ich so nix sehe wo ich überhaupt hinschieße ich nehme mal von kleppi schon mal die mission an ja mach du die schränke ich mache deine andere warte mal ich hole mal schnell das das müssen wir zu kleppi allerdings noch durch warte mal kurz bis mein geschütz aufgeladen ist macht sich an der stelle auch am besten so ich hier die schuhe ja ja erst mal eine kleine feuerladung dahin schmeißen ach so das ist schon gereicht so hat schon gereicht ja jetzt habe ich leider keine granaten ach was ist denn hier ja scheiß so los kommen die Baller mir weg ja wer ist zuerst Na, klappt doch. Ja, das ist besser. Hast du die Heilung noch genommen? Ja, gut. Nee, die hast du genommen. Echt? Na ja, dann aus Versehen. Ja, ist aber nicht schon weiter, sag ich. So, hier. Versuch hier noch uns. Oh, da ist unser Großer. Ja, der schildert genau wie bei mir. So, ich bin wieder zum Leben erweckt worden. Ich bin hinter dir. So, den haben wir mal gezeigt, wo der Haken hängt. Mein Gott, oh, da kommt auch ein Großer. Level 15 schon. Ich hab keine Hand, keine Hand mehr. Ja, warte. Den schaffst du. So, jetzt hast du ihn. Ja, genau. Und Level ab. Ah, super. Mein Gott. Ach so, da müssen wir erst mal hier hinter. Klappi zeigt uns ja dann. Ah, wie wär's? Willst du dich später mit Raketenwürfer? Raketenwürfer? Ja. Ja. Das sieht schon gut. Der nennt mich womit. So, jetzt haben wir ein Upgrade. Das musst du allerdings im Inventar freischalten. Da musst du quasi, da wo die Waffen sind, so ne? Inventar upgrade und dann einmal anklicken. Dann kriegst du drei Plätze dazu. Moment. Da wo deine Waffen liegen, so im Inventar, im Rucksack quasi. Ach so. Und da tust du, da steht jetzt Upgrade und da klickst du drauf. Hab ich. Genau, und da hast du jetzt drei Plätze mehr gekriegt. Ja. Bis wir, das Spieltoschan, da haben wir eigentlich Upgrades. Ja, Kleppi hat uns hier noch einen Schatz gezeigt. Ja. Hier Pistole. Im Schrank. Oder Revolver. Was seht ihr das an? Hier haben wir... SMG. Ja, die ist nicht schlecht. Nimm ich mal. Ja. Hast du Schrot drin? Nee. Nur SMG. Über die Handkana. Die hab ich nicht mal gegreift. Nimm mal noch da den Revolver da mit. Äh, welche? Im Schrank da hinten. Ich hab doch den, äh, schon im Schrank geholt. Nee, hier. Da. Ach, im Hinterstisch. Ein Revolver. Ja, das ist ein Revolver. Ja, das Revolver finde ich eigentlich relativ gut. Ja, später mag ich die auch ganz klar. Das fast, lass mal kurz. Warte mal. So. Na, komm. Genau. Na, da sind alle zu mir. Also... Also... Eieieieieieieiei. Äh, wo bin ich jetzt? Daniel. Ja, du bist da unten. Ja, pass auf, da ist einer runtergekommen. Pass auf. Ja. Der hat den Kante gegeben. So, jetzt müsstest du ihn töten können. Genau. Ja, danke. Eieieieieieiei. Ich hatte aber nicht gelangt. Den, äh, hast du getötet. Echt? Ja. Wo bist du am Anfang wieder? Äh... Nicht ganz. Ja, dann kommst du einfach wieder hierher. Ja. Äh, hier ist der Raum mit Zeppi. Äh, hier ist der Raum mit Zeppi. Der Trainer laufst du hier und guck. Ich trinke mal einen Schluck. Ja. Ah. Hier. Aber das Gute ist, wenn man stirbt, ist, dass man die Waffe behält. Hm. Das ist, äh, finde ich, das Gute. So. Hä? Jetzt kommen doch hier gleich wieder welche, oder? Nee, das... Ach nee, das war hier nicht. Hier können wir hier... Hier, Heilung. Einmal Heilung zum Mitnehmen. Ach so, zum Mitnehmen, ja? Ja, die kannst du dann... Im Vertrag kannst du die dann... Ja. Und jetzt in Ruhe noch. Ja, aber erstmal hier hinten rein. Hier, andere Seite. Äh, äh... Hier sind nämlich... Ja. Hier ist nämlich auch nochmal eine Kiste und Schränke und... Hier ist so eine Schrot. Ja, schrotblind, äh, die, äh, komm ich mal holen. Wo ist's? Da, in der Küste. Ja. Ähm... Du, nicht mit dieser Austausche. So. So, hier müssen jetzt gleich ein paar Garten zuergekommen. Genau. Hast du dich jetzt selber in die Luft gelegt? Ach nee, das waren's, äh, Kamikaze war das. Komm, wir gehen mal lieber hier oben lang. Erstmal. Genau. Hier gibt's noch, äh, äh, ne, auch, warte. Äh, äh. Ja, hoch, hier ist's. Hier oben ist auch nochmal eine Waffenkiste. Ja. Ah, der rennt da unten rum, der Kleene. Okay, komm mal. Ah, wieder so, Kunde. Ja, ja. Kamikaze. Ja, den hab ich gar nicht gesehen. Hat, äh, hat der vielleicht genau unter mir gestanden, oder was? Nee, der ist vor dir explodiert. Der kommt ja mit einer Granate auf dich zu gerannt. Ja. So, hier hätten wir Revolver-Auswahl. Level 16, Level 15, 13, 13. Weiß ja nicht, ob du dich auf Revolver mal... Äh, ja, versuchen kann man's. Der blaue, der blaue ist, also da musst du immer Zielgenauigkeit 90%, ja, das ist schon ganz gut. Äh, der blaue, oder? Allerdings, zwei Schuss ist wieder tat scheiße, wenn du nach zwei Schuss schon wieder Nasen abnimmst. Das wäre... Ich hätte eher gesagt, mir dunsaale verkaufen. Ja, na gut. Weil, äh, besonders sparen die jetzt nicht, also... Können jetzt hier oben lang. Einmal, halt. Auch nochmal zwei Waffenkisten. Da würden wir die im Rücken fallen, sozusagen. Ja. Naja, aber da ist Rücken fallen, hier ist ja noch gar keiner. Jetzt zu kommen, so. Und der ist erledigt. Bennerhammer. Haben wir noch einer? Ich schwöre noch mehr. Gartenzwerg. Ah, der brennt gerade. Ja, ey. Kannst du auch Heilungen zufällig fallen gelassen? Nee. Ah, die ist schlechter. Wollst du auch ne Kombotreifel? Nee, mit der Schrotflinze bin ich eigentlich zufrieden. Okay. Nee, Heilungen hat er nicht fallen lassen. So, hier kommt jetzt der Boss. Ähm. Da würde ich sagen, äh, Trick siebsten. Wie, Trick siebzehn. Dann wartest du einfach hier. Ich könnte, äh, hier mit Sniper, äh, ein bisschen mithelfen. Nee, nee, ich zeig dir, wie das geht. So, ich geh hier hin. Ach so, äh, zwischen dem Zaun durch, gell? Genau. Genau. So, und hier? Immer in die Torte. Dann haben wir nachher nur die kleinen Gartenzwerge. Dauert jetzt ne Weile. Ja, äh, ich kann von hier heute nix, äh, machen. Oder soll ich zu dir runterkommen? Nö, nö, brauchst nicht. Ansonsten schme... Du musst den Zaun durchschießen, kann ich hier nicht. Ansonsten schmeißt er nämlich die ganze Zeit Granaten auf einen. Ja. Ah, ich müsste den mehr... Kopf trägen. Hi Honk! Herzlich Willkommen! Dann so auch heute wieder guten Abend und hallo zusammengekommen ist. Ja. So, ja, jetzt, äh... brennt da schön. Das ist nur ne Frage der Zeit. Der, außerdem, guck mal, der ist Level 15, ne? Ist ein rasender Psychopath. Schmeißt du einen Haufen Bomben nachein und dann laufen da immer die kleinen rum. Die kleinen sollen wir eigentlich nur benutzen, damit man sich wiederbeleben kann. Ja. Äh, Honk, unten in der Videobeschreibung ist der Multi-Link. Ja. Also unter dem Video, da ist so ein, äh, ne? Da steht Multi-Tritch. Wenn du da draufklickst, kannst du, äh, beide Kanäle sehen. Wenn du es möchtest. Ja, das bleibt natürlich jedem überlassen, was für Arme will. Wie weit hast du denn schon runter? Oh, ein Viertel noch. Ein Viertel noch. Ja. Kritisch. Nur ne Frage der Zeit, mein Freund. Ja, ja, dann tut du mal so, als komm her, komm her los, ne? Komm doch. Ja, und das blöde ist, dass man durch den Zaun nicht durchschießen kann, ne? Ne, ne, ja, ich schieße ja auch quasi, äh, durch die Lücke hier, weißt du? Weil, guck mal, da hinten, diese Kleinen, die schmeißen jetzt schon mit Äxte. Ja. Aber die kommen hier nicht an, die gehen, weil die bleiben da hinten. Ja. Weil wir noch nicht hier in die Arena sind, sozusagen. Aber der ist gleich Geschichte. Ja. Ähm, ich komm auch schon mal zu dir, oder? So, jetzt ist da Geschichte. Jetzt können wir die Kleinen noch wegmähen. Dann nehme ich die kleine Pistole, oder am besten Combat-Reifel. Ja, kommt, kommt. Wiesse, wie schnell sie sich die töten lassen, das ist nur, die sind da zu da, dann haben wir sie wieder bewegen getan. Weißt du? Ja. Oh, du hast ja ganz schön Anhang da hinten bei dir. Ja. Ja, was Menschen, warum ich schon rückwärtsklarf. So, kannst du mal die Heilung hier nutzen, die da drum geht. Was Menschen, warum ich die ganze Zeit rückwärtsklarf bin. So, hier haben wir den Schlüssel. Zack. Du solltest die Mine jetzt betreten können. Es steht nichts mehr zwischen dir und Sledge. Und wir sind der Kammer einen Schritt näher gekommen. Ich glaube an dich. Ja, hier, Schrot. Schiff mit Blitz. Mit Blitz. Ja, ist auch effektiv gegen Feuerfeinde oder so. So, ich muss noch einen Punkt verteilen. Äh, setze ich erstmal auch im Muni rein. Ja. Wie gesagt, den kann ich später dann so auch gerade schon gesehen. Mein Dank nun auch kommen kann. Achso, hast du schon gesehen mit dem Muni-Link? Ja, weiß jetzt nicht. Hast du im Discord gesehen oder hast du das hier auf meinem Kanal gesehen? Äh, keine Ahnung. So, leider müssen wir uns jetzt wieder durchkämpfen, ne? Auf dem Rückweg. Ja, ich probier's nur mit der Blitz, wo Google was er ausrichtet. Zwerge in Lanz nun wohl vorbei. Ja, das waren... Und die konnte man auch leichter töten wie die normalen Zwerge, die hier um mir ran sind, weil die waren einfach nur dazu da, dass du dich beim Boss dann immer wieder beleben kannst. Zu mehr waren die nicht gedacht. Okay. So. Aber ich benutze Gäre-Schrotflinte, ne? Ja, ja. Ja, Schrot ist auch... Der nächste Boss hat übrigens eine richtig geile Schrotflinte. Die macht 10.000 Schaden oder so. Aber die hat 0,0 Genauigkeit. Da musst du also am Gegner richtig nah dran sein, ne? Ja. Ich probier's auf jeden Fall aus. So. Ah, da ist der Vogel. So der Vogel dann auch gekommen ist. Ja, bei mir ist doch nichts geschickt worden. Leider. So. So, ich glaube, die haben... Ah, da kommt noch ein Irrwahr. Da ist ein Träger. Ja, ja. Zieht Spaß. Rückzug. Immer so ein Stück zurückgehen dann. Mach dir mal der Medi-Pack. So. Ja, da zieh dir mal rein, das Medi-Pack. Ja, danke. Ich weiß nicht. Irgendwie tun ich die Heilung... Äh... ...richtig schluget, ne? Rot-Ball-Zula hinten in der Ecke verstecken. Gibt's nicht. Die Do-Hand-Ganade, die hat aber gut gesitzt, ne? Ha, Feuer und Strom, das ist ne Kombi. So, dann auch ganz leichte visuelle Erinnerung an Bioshock nun aufgekommen wohl. Ja, Bioshock? Ja, ein bisschen vielleicht, ja. Das kann... ...stimmt schon. Willst du die an? Kannst du nehmen. Verkaufe geht immer. Ja, da brauchen wir nicht mehr hin. Wir sind ja froh, wenn wir hier rauskommen. Ja. So, am besten jetzt hier Muni erstmal auffüllen. So. Achso, was kann ich noch verkaufen? Jede Menge. Äh, ja, weg. 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 Die nicht. Die weg. Die weg. Die hat... Weg. Die hat... Weg. Die hat... So. Achso, hab ich jetzt vielleicht genug Geld zusammen für... Ja, Upgrade. Dann nehm ich doch am besten... Ja, Combat-Reifel würde ich gerne. Ach, das hab ich schon. Pistole? Habe ich auch schon. Äh, so auch Automaten. In Bioshock wohl ja auch. Ja, in Bioshock gibt's auch Automaten. Stimmt. Äh, was nehm ich denn dann als nächstes? Granaten wahrscheinlich. Ja. Nehm ich Granaten einmal. Und Sniper einmal. So. Dann sind die beiden Waffen auch ein bisschen erhöht. So, kann ich noch einen Schluck trinken? Nein, ich muss grad gucken, was ich behalle. Die Pistole behalle ich auf jeden Fall. Und Honk, geht's dir gut? Alles klar bei dir? 16, 13... 16, 13... Wenn du eine Behandlung brauchst, immer ein Spazier. Ja, keine besonderen Schülle. Also, bist du soweit? Moment. Ähm... So, war das. Was? Hier hätten wir auch so ne Schnellreise. Ach, hier siehst du jetzt die DLCs. Die Viere. Äh, und hier kannst du, wenn du bei den Klamotten, wo du die Farbe umänderst, ne? Ganz unten. Ganz unten. Ja. Skill-Punkte-Kauf-Zurücksetzen. So. Kostet 2342. Könnte ich mir jetzt gar nicht leisten. Hast du gesehen, ja? Da wurde deine Klamotten quasi, äh... Also, einmal siehst du ja die DLCs da stehen. Ja. Und, äh, da musst du mit oben mit Schultertaste wechseln. Ach so, ja, ja. Ich seh's grad. Äh, Kostava A. 2000. Ja, ja, danke. Hm, ja, ja, das ist, äh... Aber das muss man ja jetzt nicht sofort machen. Äh. Jetzt müssen wir uns hier erst mal... Warte mal, ich muss mal die, äh, richtige Quest jetzt gleich auswählen. Ja. Wir haben ja jetzt so den, haben wir ja den Schlüssel. Äh, versteckte Tagebücher, nein. Äh, ja, die gibt's jetzt hier zu tun. Ist Level 15, ja. Schwierigkeitsgehalt, ne? Moment. Ach, hier taucht die gar nicht auf. Was dann? Okay. Ich wollte grad Google, ähm, mit der Quest, äh... Ne, kann ich, äh... Ah, ich hab gewinnt, die Endquests, wo mir fehlt, was man die hier auswählen kann. Ach so. Ja, ne, geht nicht. Hm. So, jetzt eigentlich nur hier zurück. Äh, hier könnten wir eigentlich auch durchrennen. Hier haben wir ja alle Feinde schon erledigt, soweit. Ja, einfach nur durchrennen. Da ist so ein Irrer, der gerade hinterher rennt. Ja. Renn, renn. Da schmeiß ich da vorne dann die Schütze hin. Damit die noch ein bisschen abgelenkt sind. Jo, schmeiß. Ach nee, nicht Granate. So, Geschütz. Den töten wir mal schnell. Bist du, Leute, geshüttet? Oh, der Irre hier, ne? Psychopath hier. So, kommt noch einer? Nee. Nee, die bleiben da hinten. Ist auch gut so. Der Omen. So. Erledigt. So, Mond, Marley. Äh. Du könntest eigentlich schon mal dahin rennen, hinter dem Haus und dann auf die Mülltonne hoch, auf die Kiste und weißt... Äh, schon mal aufs Dach. Ja, ja. So, den Speicherpunkt hier, den nehm ich auch noch mit. Kurz. Ja, die Vögel. Mach ich die jetzt noch schnell. Ah, pass auf, dass du nicht stirbst. Wollte ich gerade noch sagen. Okay, die Vögel lasse ich mal. Stirbst du jetzt? Überallschwung. Okay, du stirbst. Ja, ich bin auf der erste Kiste. Ah, ja. Okay, du hast dich wiederbelebt. Die sollten aber eigentlich, sollten die, ähm... Am Leben bleiben. Komm mal hier hoch. Ja, bin. Naja, bleib mal hier. Bleib hier, genau. So. Kurz sich vollheilen. Ja. Und dann hole ich Mo und Marley. Wir holen schon die von hier aus. Ja, wirst du halt sehen. So. Eben war Kruppschießender, oder was? Ne, ne. Ich bin schon weg. Ein Rätsch. Ja. Ja, Rätsch ist auch... Bleib mal da oben, stehen auf dem Dach. Ja. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Aha, das ist aber nicht er. Ja. Ah, hier vorne ist er. Hier vorne sind sie. So. Jetzt muss ich rennen. Oh ja, der hat mich schön angeschubst. Ach, ich muss jetzt auch wieder da hin, wo du bist. Hast aber noch genug Zeit. Ja, 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 ja. Töte da nicht so viele Gegner, wenn es geht. Ich habe gar keiner getötet. Ich habe nur den, äh, sich ein Passmoor angeschossen bekommen. Das ist gut, ja. Vögel! Ja, ja, ja. Ist das für. So, Mond, Mali. Kommt, hierher. Jetzt kommt er. Äh, einer. Ja, ja, ist ja egal erstmal. Den anderen kann ich ja nochmal holen. So, jetzt kümmere dich mal hier um die Banditen. Und hier oben schön in Hocke gehen. Ja. So. Was soll denn hier unten? Penner, du. Hör auf. Hier. Äh, wenn ich schieße mal. Nö, erstmal gar nichts. Das ist die erstmal kämpfen hier. Wo ist denn jetzt der Mo? Wo ist der? Der ist, äh, hier vorne hier irgendwo ohne uns. Ah, ja, ja. Ich sehe schon hier, durchs Dachfeuer kommt. Ja, die lassen die mal kämpfen. Das ist die Taktik, die ich immer nutze. Ja. Ah, ja, der kämpft schön gegen die ganze Zeit. Der ist Level 16, der Mo. Ja. Und wir können uns hier entspannen, ne. Solange du noch irgendwelche Gegner schreien hörst und so, dann geben noch welche. Ja, äh, ich seem dir. Ich kämpfe mir alle gegen ihn. Ich schließe ab und tue auf deine Mo, ich tue schieße. Ja, ja. Aber nur, äh, wenn ich, äh, gerade, äh, einen Schuss weiterhahn. Das ist bei dem, äh, gar nicht so einfach. Ach, guck mal, der Psychopath, der kann immer schön drauf bauen. Ja, der eine Psychopath, äh. So, Mo, beschleunigen wir das mal ein bisschen. Aber pass auf, der schießt dann auch mit Feuerbälle hier hoch. Ja, der kann mich, äh. Ja. Wohl. Passt ja richtig. Oh, ja, der kam. Oh, alter Schwede, haltet mal. Der hat mich auch. Jetzt haben wir scheiße gebaut. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ich warne. Und sehe keinen Gegner. Ich glaube, wir müssen uns sterben lassen. Ich bin in allen Momenten weg. Wir müssen aber gleich wieder hier vorne landen. Ja, sag ich doch. So. Können wir gleich wieder. Kann aber sein, dass Mo jetzt wieder voll ist. Trenn du zuerst aufs Dach. So. So, Mo, wo bist du? Der ist, äh, hier rechts irgendwo. Aua. Vögel. Scheiß Vögel. Okay, ich bin in Orbe. Ja, pass auf, erst mal die Vögel. So, der kommt nicht mehr. So, jetzt sollten wir ja das normaler. Wo ist denn der Mo? Der große. Der muss hier, hier hinten irgendwo sind. Sieh schon, wo ich hin zeige. Ja. Der muss hier irgendwo, hier hin, hinter seinem Zaun sind. Aber das kann irgendwie gar nicht sein, weil, die schwören halt doch. Ist der hier hinten? Nee. Hier ist er. Der ist hier hinten. Sumo hier, runter. Ja, ja. Seh schon. Ah, er kriegt null Schaden. Na, jetzt haben wir es natürlich noch schwerer, ne? Da keine Gegner mehr da sind. Ja. Das war ja scheiße, dass wir uns zusammengestangen haben, ne? Ja, ja, ja. Und jetzt rennt er wieder dahin, wo du bist. Kannst du hin. Ja, mit Blitz kannst du ihn am besten. Werde niemand starben. Danke. So. Du musst aufpassen, wenn du so Männchen machst, dann schießt er so eine Kugel. Ja. Nein, 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 nein. Kein Männchen machen. Was ist denn da? Wo ist er? Vorne. Jetzt macht er wieder Männchen. Er macht aber nur Männchen zu dir. Naja. Er kommt wieder hin. Der hält aber auch was aus, wa? So, die erste Waffe habe ich leer. Warte mal, habe ich noch? Achso, ja. Ich brauche Hilfe. Ja, ja, ich sehe schon. Klar, wenn du mich wiederbelebst, falle ich runter. Ich wollte jetzt mal gucken, wegen der Schrot, die Achs, auch eine Feuer. Und ich habe für meine Dings keine Waffe mehr. Aber warte mal. Da mache ich keinen Schaden mit einer Feuerwaffe. Ganz wenig nur. Ah, warte mal. Ja, ich bin doch. Wo ist er? Vorne. Ja, der hat mal wieder mal. Wer verdreht dir die Beine? Ja, da mache ich kaum Schaden mit. Sinne. Bringt eigentlich nichts. Ich muss warten, bis mein Geschütz wieder da ist. Ja? Warum? Ich war schon, äh, krieg wir jetzt am Gehen, aber nee. Keine Muh mehr, sagt er. Ja, sechs Schuss noch. Nein. Ich werde niemals sterben. Ja, das wissen wir ja nicht. Das ist nicht nur eine Fleischwunde. Noch fünf Kugeln, dann ist die leer. Ich muss, ich brauche Muni. Und zwar nicht für die Feuerwaffe, für meine Dingswaffe. Wo kriege ich die jetzt her? Ich mache die mal hier platt, hier vorne. Ja. Passt du, Profi? Ich muss die Waffe tauschen. Ich muss die nennen. Das ist ein guter Problem. Das ist gut. Danke. jetzt kann ich hier noch ein bisschen was einsacken da oben 48 schuss kann aber für die ja ich habe mich wohl auch nicht mehr der ist auch hin nur leider wie viel habe ich denn jetzt für die ja nicht genug er wird jetzt weg sehe ich gerade wir müssen wieder anloggen den anderen vielleicht da könnte ich ja ich stehe so viel money habe ich nicht aber ein bisschen schießt und mir vor aber ich kann doch das money mein geschütz oder auch money regenerieren stimmt den kriegen wir schon klein ja jetzt muss ich wieder aufs geschütz warten und keine muh mehr wo ist er hier vorne nein nein nicht zu mir geh zum daniel nein nein der muss doch ja leider kriegt er keinen feuerschaden das ist doch blöde aber ich muss unbedingt skillen dass das geschütz schneller da ist wieder das ist echt häufig das ist nur mit der sniper drauf zu handel weil das andere hat alles schon leer geschossen oder ich kann es nicht gebrauchen Wo ist er? Weil es doch mein Level zu hoch ist Ich will ja das Geschütz so hinschmeißen Dass er quasi was davon abkriegt Ja Komm mir vor Komm Wo ist er denn überhaupt? So jetzt hier im Geschütz bleiben Munition regenerieren Ah das reicht nicht das sind zu wenig Das ist zu wenig Ja Echt zu wenig Schuss Die Sau heilt sich ja wieder Der hat sich wieder geheilt Okay Okay Plan B Ich geh mal vor bis zur Kaufstelle Und hol mir mal eine andere Waffe Ja Ich renne mal nach vorne Das hat ja keinen Sinn Ich bräuchte auch einen anderen Granaten Mod Ja Ah wenn wir die Viecher jetzt hier nicht Mitkommen sollen Geht weg So dann kann ich jetzt in Ruhe hier Ja äh Ich bin auch auf dem Weg Ich komme aber nur für Munitionszone Ja ja Ich versuche äh Ich habe einen Anhang Ja beseitige die mal So den kann ich auch nicht nutzen Ja Das heißt äh Verdammt keine Munition Die würde mir auch nichts bringen Die Feuer Der würde mir was bringen Der nicht Ich habe keine Munition So So ja Da kann ich Mit Feuerdings kann ich dann Den äh Dings natürlich besser Den anderen ne Den Mali Ja Der ist ja Blitz Den kann ich da besser äh Aber hier kann ich nur mit der Ja und ich kann mein Warte mal Granaten Mod eben mal ändern Da kann ich einen anderen Explosion reinpacken Erstmal Dann habe ich Granaten und Combat Reifel So Ja mehr Ich kann hier keine Waffen kaufen Sonst hätte ich jetzt hier vielleicht Eine andere Waffe gekauft Ja und da ist der Honk auch schon wieder weg Und hat sie auch nicht wieder verabschiedet Ja Das ist echt schlimm So ich bin wieder voll So Dürfenstrenner oder? Naja Äh Geh da die Treppe hoch Hier auf der Seite Hier so Hier wo ich bin Hier so Hier Äh LaFyder LaFyder Ja Ah Gott Ja Ich bin's Da kannst du ja einen kleinen Töten Das Problem ist hier Wo das Dörfchen ist hier oben Hier liegen auch noch einen Haufen Heildinger Ne? Weil zur Heilung bau Ja Also weißt schon hier Wenn du hoch kommst gleich rechts da Ah jetzt sind die Gegner wieder hier Okay Ich denk mal Marley Der ist wieder abgehauen Okay Den hol ich mal eben Marley Oder Mo Nimm wir diesmal doch mal So ich glaub jetzt kommen sie beide So ich glaub jetzt kommen sie beide Ah der Irre ist hier draußen schon Wie gesagt gleich nach hinten rennen dann Ach du bist schon oben Okay So ich bin auch oben Komm Mali So okay die sind da unten Der kann ich ins Maul schießen Der geht aber mit dem Sniper nur 2 Punkte Ja ja der kämpft jetzt erstmal Der kämpft jetzt erstmal da hinten äh Mit dem Irren Mit dem Psychopathen Da sollten wir erstmal warten Da ist auch der Stromdings da siehst du Der andere der Marley Ja Wir müssen ja beide erlegen Wer schmeißt hier immer mit ner Axt Ja ich spiel nah an Dorn Was ab Ich will die aber nicht töten die sollen ja für Mond Marley bleiben Ich will die aber nicht töten die sollen ja für Mali habe ich erstmal in Brand gesetzt Kurz Genau Grün schreiben wo sind die zwei große hinterm zaun da bist du wo ich hinschieße da hinterm zaun stuhl durch den saun durchschießen drüber weg schön den mali krieg ich jetzt immer schön der packt da am steil da ist ein bisschen ja auch mit konzern so kriegen wir den mali erst mal weg ist doch auch super ich habe hier noch 36 schuss also ich müsste lange die stehen halt so bescheiden dass ich das maul treffe ich auch nicht warte mal vielleicht wenn ich hierher hier stehen ja jetzt oh nein und runter gefallen jetzt sind beide dort vorne ja ach jetzt zwei jetzt kommt jetzt kommen sie unten und tun erst mal den die leute da aber der eine hat nur noch die hälfte wo ist denn der ah der ist dahinter irgendwo boah den hat es gleich zerfetzt aber jetzt kommt jetzt kommt man schießt er hier mit strombälle komm mali versteck dich nicht da ja 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 der mali der der haut immer wieder hinter dem zauern ab so ja ich bin gerade an dem anderen dran kannst du ein bisschen hier noch unterstützung geben wenn ich ja hüsten ja Geben Komm raus Ja der Mali den Nein Nein Jaa Waaah 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 Nicht schlecht Nicht schlecht Mir annut Die erste ah jetzt wird das auch gleich geschichte ja jetzt kann ich dir nämlich helfen der steht hier nur dran naja ich sehe ihn ja du musst sagen wenn ich dir eine sicht bin jetzt haben wir ihn ich bin leider mal ein level aufgestiegen so ich habe keinen munitionsweg für diese waffe so hier muss aber glaube ich irgendwo noch so ein an das kriegen wir dann schon gut oder war das das ding hier das war das nicht so naja haben wir den ja auch die mission geschafft gott sei dank habe noch einen punkt zu verteilen so jetzt habe ich die höchste stufe bei munition erst mal die bleibt dann so lange die nerf kunden ihr nervis weg mit dir weg mit dir naja ihr nervt auch wieder bei mir also ein munition ist alles guck mal ihr habt alle mit der bombe weg gemacht hier ja wie ich 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 Die Granate Ey, wer schmeißen hier? Die ist zurückgekommen Daniel Ja, ich sehe es Ne, er hat sich schon erledigt Ja, da hinten Ja, ich hab kein Sliber-Munition mehr Sorry, du verled Wieso? Hier ist Heilung Ja Er ist Munition So Hä? Hier kannst du ja eh mal voll heilen gleich Warte mal, wir gehen erstmal hier den Schleichweg Ja Ja, ja, ich schmeiß da unten mein Geschütz dann in ne Röhre Ja Da kannst dich dann voll heilen Ich hab mich getroffen So Bleib da ruhig Äh, kurz stehen So Ja Aber Munition muss ich schnurren und nur kaufen, ne? Ja, jetzt, jetzt siehst du das gesehen, wie schnell die Munition jetzt, äh Aufgefüllt wird Aufgefüllt wird, bei der Waffe Aber nur bei der Waffe, die du grad in der Hand hast, ne? Ja, das ist klar Ja Äh, ja So Achso, hab ich auch was zu verkaufen Äh 54 Da hab ich mich mal doch noch was an, also Die muss ich mal gucken Hier hätte ich ne Sniper für dich Mit Explosiv Schaden, falls du Interesse hast Explosiv hier hättest du gut an Naja So Kann ich dir mal ausschmeißen Ähm Hier Die wollte ich mal vergleichen Ah, ja Die hat zwar 30% mehr Ja Feuerrate über 10 Ja Genauigkeit ist besser Schaden geht ein bisschen runter Aber wisst du was? Die nehm ich Auch wenn die jetzt ein bisschen Aber die hat Ach ne, die Feuerrate geht ja nochmal Plus 43% mehr Und dann plus 30% Magazin Größe Und die hat von Hause aus schon 54% Ja, die ist So Kann ich die andere Die verkaufe ich jetzt Ach, den muss ich noch auswechseln Naja, warte mal Kann ich den auch verkaufen Und setze den ein Okay So, dann können wir wieder Hier durch Erstmal die Mission abgeben Ja Ja Ja, das machen wir dann erstmal Genau, wir geben erstmal die Mission ab So, bist du soweit? Ja Dann hoffentlich, ne? Ja Ja Aber heute Toi 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 Äh, läuft's Ja, das Spiel muss ich erstmal ein bisschen Windows 10 muss ich erstmal das Spiel gewöhnen und so Glaub ich ja Ist merkwürdig, aber ist so, ne? Ja Gestern So, warte mal Wir müssen Genau Auto holen Moment Dann wollen wir mal Dann wollen wir mal Ich kann nur die Waffe tauschen mit so grad So, hier aufsteigen So Aber jetzt hast du auch, äh, so ein klassisches, äh, so ein Relikt gekriegt, ne? Moment Und ne Sniper Äh, Moment, ich muss nur, ich muss Das hast du quasi, wenn du auf deine Fähigkeiten gehst Äh, Artefakt Genau, auf deine Fähigkeiten Äh, Feuer, Artefakt Genau, das kannst du jetzt so anklicken und dann ist es drinnen in deine Fähigkeiten oben Oben, links, quasi, vor der, ne? Ja Dein Adler macht jetzt quasi, hast du auch Feuer gekriegt? Ja Der macht jetzt so Feuerschaden, dein Adler Ich hab ne gleichzeitiges Level abgerichtet Ja, ja, ganz normalen Punkt Und ne Sniper hab ich auch gekriegt Die ist gar nicht mal so schlecht 122 Schaden, aber Ja, 96 Genauigkeit Und 6 Schuss drin, ne? Ist ne weiße, naja, klar Weiß Weiß 2 plus 200% kritischer Schaden 3% Feuerrate Aber minus Rückstoß Und plus Nochmal plus hier 20% Schaden Oh, was ist denn das für ein Eiermaler hier? Ne, ich hab'n keinen Sniper-Grid Na, warte, ich schmeiße den hin Weil Sniper, da tue ich ja sowieso Äh, sowieso nur die mit Feuer bevorzugen Aber das ist ne weiße, ne? Das bedeutet, die ist also Einmalig Ja Ja Boah, jetzt geh' ich mal da vorne hin Reichen mir jetzt ja Wollt ihr hier unser Auto Oh, ich schmutzen Die Drecksau Kommt mir hierher Hier, Stunk machen Oh, mein Ohr juckte Ja Ja Äh, Minenschlüssel Ja, was haben wir denn noch? Ich guck' mal jetzt bei der Mission Wir müssen, äh, die Ah, die kommt noch so einer So, kann man auch nicht mal in Ruhe gucken Wir müssen noch den Todeskreis machen Das ist die Arena Ja, das könnten wir Die Schockernte Äh, ja, die könnten wir auch schon machen Könnten aber auch erstmal zu Slash-Haus da hinten, äh, die Tore öffnen Damit wir die Mission abgeben Äh, dann mach das Da kriegen wir nämlich nochmal, äh, fast 6000 XP Ja Äh, nimm mal die Abkürzung Also, Sprung Hier ist die Arena rechts So Hier gehen wir aber dann noch nicht rein Deine bisherigen Aufgaben waren noch leicht zu lösen Jetzt wartet mit Slash eine echte Prüfung auf dich Unterschätze ihn nicht Jaja Mir ging es ja jetzt nur um die XP erstmal Ja Wir machen jetzt aber Ja, Kleptrop hat gerade gesagt, am schwarzen Brett, ne Äh, äh Okay, wir können aber erstmal Okay, fahren wir nochmal zurück zum schwarzen Brett Und dann machen wir die Schockkristalle Ja Warte mal, hier ist ein Buch Warte mal, warte mal, das müssen wir Bleib mal hier Ne, ne, nicht schießen Nicht schießen Ich hole mir nur schnell die, äh So war ich schon Und dann muss ich da gleich wieder abbauen Ja, ja, die sind alle Level 15 hier Die bekommen mir bestimmt nicht Versuch Vögel Ja, ja So, ich haue ja hier schon wieder ab Wir haben heute unter einer einstürzenden Alien-Guine eingeklemmt Die Wurden in der Flüge Machen zu erlösen Halb erstickt ein Blut und was noch allem Er zögerte Schließlich sah sie außen mir die Anzeige für mich Und kurz ihrem Bebooster und Gewürge versuchte ich Unser Besprech zu genießen Denn ich wusste es würde für längere Zeit mein Letztes sein Als ich sie dann erstückte So, hier können wir auch noch was machen, dann haben wir die Mission auch abgeschlossen, weißt du, hier ist nämlich das letzte Ding drin, ne, so, da kommen gleich ein paar Gartenzwerge dann. Ja, was willst du denn? So, der ist platt. Ah, von hier unten. Kommen die. So, kein Problem. War wieder so ein Kamikaze. Hier unten ist aber auch ein Automat, ne, und noch eine Waffekiste. Kommen wir mal was drin, ne. Pistolen. 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 Naja. Der Spale. So. Ah, muss dann der Revolver zwei Schuss haben. Dreimal Feuer, ne, 100 Schaden. Aber nur zwei Schuss im Angebot. Äh, warte mal, hier hat er ein Sechsschuss. Ah ja, den will ich mir mal gönnen. Drei, drei. Drei, drei. Ne. Weg, weg, weg. Weg, weg. Weg. So. Okay. Warte mal, dann werde ich mal den, äh, den Revolver für die Pistole reinnehmen. Ah ja. Hehe. Lustig. So, dann haben wir ja jetzt die Mission. Moment. Die haben wir abgeschlossen. Die könnten wir auch abgeben. Gibt auch nochmal wieder über 5000 XP. Mhm. Aber mit dem Levelzimmer jetzt gar nicht mehr so weit auseinander, ne? Ja, ja, du levelst ja, solange du unter mir bist, levelst du ein bisschen schneller, mehr, ne? Ja. Also, dass du die Möglichkeit hast, mich auch wieder einzuholen. Ja. Das ist klar. Das ist halt der Schwachsinn von Gichter, wo es mich zurückgesetzt hat. Ja, ja, naja, durch die Scheiß. Das war hier vorne gewesen bei dem Catcher Ride. Ja. Also, eigentlich nur, weil ich, äh, ja, genau in dem Moment, äh, die Mission abgegeben habe, also das Catcher Ride da, ne? In dem Moment, wo du abgekackt bist. Ich stimme hier ja noch ein bisschen Spiele. Ach, jetzt haben wir die Schnitzeljagd. Ja, die könnten wir eigentlich auch jetzt machen. Ja, mit Revolver darfst du nicht anstehen, dann musst du aus der Hüfte schießen. Macht sich besser. Ja, ich wollte eigentlich nur noch ein paar, äh, XP sammeln. Okay, machen wir erst mal, okay, machen wir doch erst mal die, die Combat-Reifel. Ja. Das schöne Borderlands. Oh, ja. Das Spiel ist schön, aber auch lang. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ne, hier war das. Oh, oh. Oh, Entschuldigung. Hier hast du jemanden, Buffard? Ja, ein Skag. So, hier müssen wir die Teile einsammeln. Ja, Mann. Hier ist schon das erste. Geh mal ein bisschen auf die Seite, bitte. Bist du runtergefallen? Ich bin runtergefallen. Ja, wir rennen da hinten wieder hoch. Wo ist der Irre? Wo ist der Irre? Komm, der Irre? Wie? Sagen Sie. Der ist erst da oben. Ah, der Revolver ist schon... Was machst du da auch? Bist du wieder am Leben? Bist du schon hier? Ach, du kommst von da oben. Ich habe hier ein kleines... So. Ich habe hier ein paar Leute zeigen, wo du rauslaust. Hier ist eine SMG, Level 22 aber erst. Nee, ich habe lieber Schrot. Okay, nehme ich mit zum Verkaufen. Also ich bin ganz zufrieden gerade mit dem Revolver, der zieht überall. Gut. Ich kann hier irgendwas aufgenommen. Ja, ja, jetzt sind wir fertig mit der Mission. So, da können wir... Jetzt gleich den Todeskreis machen, wenn du möchtest. Na gut, komm. Weil der ist gleich da drüben auf der anderen Seite. Ach, da ist drüben, wo ich gerade gesehen habe, mit dem grünen Schreck dort. Ah, diese Kampfarena, ne. Naja, die überfahren wir mal schnell. Hier meine ich. Oh, hier kam noch einer. Oh, ja, ein paar Teile. Da liegt gleich noch ein bisschen Heilung vorm Auto. Ja, die brauche ich glaube ich auch, oder? Da hinten liegt auch noch Heilung. Renn mal zurück da. Nicht überall Heilung. Guck da, auf Straße. Ja, so bin ich voll geil, wenn ich das alle sind und sammle. Auch Mad Max Erinnerungen aus 1980, jetzt vor geistigem Auge gekommen. Wohl auch beste Show mit beste Schauspieler hier auf Twitch-Kanal ist. Ja, Honk. Ah, bist du wieder zurück, schön. So, da wollen wir mal in die Arena. Deiner hat seine 19 Dollar liegen lassen. Nehmen wir mit. Alles mitnehmen. So, bis jetzt. So, mal erst gucke, ob man Munition voll hat. Ja, ja, ich gebe hier bloß das ab und nehme die erste Runde an. Und ich habe Level Up. Okay. Dann könnte ich ja langsam mal... Äh... Ja. Mach ich mal das rein. So. So. Äh... 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 Ohne... Bei Mods. Na, Updates hier bei Repeater Pistole. Ne, ich bin bei Mods. Ja, ja, bei der Upgrades. Ja. Äh, da das vierte von oben ist, äh, ist Pistole. Dritte? Ah, hier. Ja. Ja. Ja, ich könnte mir mal Raketenwürfer. So. Position müsste ich voll haben. Äh... 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 Okay. Okay. Ja. Ah, vielleicht soll ich doch mit dem Revolver anfangen. Ja. So, nach gutem Essen und vollem Bauch nun Fernsehstunde hier gekommen wohl. Nun Abend nahezu perfekt sowohl als auch ist. Ja, Honk. Bestes Fernsehprogramm um diese Zeit. Naja, Orca muss natürlich auch reinkommen. Ja, Moment. Ja, Moment. Äh, kommt. Okay, bis jetzt, äh, keine Herausforderung. Oh, Großer. Ja. Ja. Ah, der brennt aber. Da kommt noch ein großer. Pass auf, da ist noch einer. Ja, ich sehe. Aber da war einer. Hehehe. Ich habe nicht mal mein Geschütz gebraucht. Äh... Hier hast du noch Schrot. Hier, oder? Ja. Ja. Da kann man jetzt auch wieder die Munition auffüllen gehen und dann die nächste Runde. Ja. Ja. Ich muss mal Gesundheit, glaub ich, uffüllen. Ist vielleicht, äh... Ja. Ja, hier beim ersten, ne. Dann kaufst du einfach hier sofort Medikits kannst du. Und dann... Und dann... Äh... Munition. Ich weiß nicht, wie du trauen kannst. Auf jeden Fall der Waffe deiner Hand. Oh, was hatte er hier? Ich bin in der Besser bewaffnet. Kaufst du auf der Besserwaffe. Ja. Äh... Ist auch nicht schlecht. Ich habe gerade Feuer hier bei der Granaten-Mod hier im Angebot. Ah. Das ist explosiv. Ich habe denselben... Mit... Feuer aber. Ja. Der, wo gerade im Angebot ist, vielleicht? Ja, ja. Ja, ja. Der ist, äh... Daniel nun auch beste... Hundeflüster. Hat der ja wenigstens Heilungen drin? Äh... Ne. Es gibt, ja. Es gibt, äh... Granaten-Mods, äh... Hab ich vorhin auch schon gesehen. Mit, äh... Da hast du dann so'n... Pluszeichen. Äh, so'n, ne? Also hier so'n... Ja. Heilungszeichen. Der... Der Mod macht aber, wie gesagt, äh... Explosionen. Ja. Ich habe aber lieber mit Heilungen drin. Bin ich... Naja, hab ich nie benutzt, weil... Ich weiß, der zieht dann von den Gegner, die ihr Leben ab und gibt es dir zurück. Ja. So. Runde 2. Moment. Ähm... Munition. Ich komme. So. Hinter uns? Ah, ja. Hinter uns. Naja... Ah... Bist du da? Ja, oder? Ja. Ja. Musst immer schön so rückwärts gehen. Oh, können wir auch mal Geschütze hinschmeißen. Oh, da hat's den weggeklallzt. Oh, da hat's den weggeklallzt. Ah, ja, siehst du. Level up. Sehr schön. Bist du auch 15. Oh, Heilung brauchen wir nicht mal. Oder oben noch was. Aber auch nochmal Heilung. Ja. Boah, der Revolver. Hier hab ich mal... Äh... Pistolen gefunden, also. Der Revolver, der ist richtig nice, ey. Äh... Ich muss mal gucken, was... Mit dem... Äh... Revolver jetzt, bevor ich hier aufgesammelt hab. Ach, den Granatenmord, den werd ich gleich wieder verkaufen. Äh... Gummi. So. Was ist denn das? Ja, die hebe ich mal noch auf. Ein Scharfschütze ohne Scharfschützenmord ist nur ein Glück. Finde den Mord, der zu dir passt. Hat ja nicht mal... Okay. Ich muss... So. Ja, ich bin grad am Kugel, was ich als nächstes level. Na ja, mach ruhig. Ich zünde mir derweil noch eine und trinke was. Und denk immer daran, dass du deinen Adler auch rausschicken kannst, ne? Ja... Das wär ja... Ich ne guge jetzt, dass ich denn ein bisschen levele. Also... Hier steht schon... Ähm... Zusätzliche... Äh... Äh... Geld, Munition... Äh... Medikids. Naja... Ja. Ich muss aber gucken, was neben dran das noch ist. Weil der kann auch richtig, äh... Stark werden. Ja... Die, äh... Fähigkeiten sind beide gut, wo ich mal gerade angucke. Mhm. Aber das mit, äh... Medikids und so mache ich zuerst. Ach... Hier oben. Hier sitzen sie dann. Zuschauerringe. Äh... Los, los! Äh... Noch ins höher gehen. Oder ganz hoch. Äh... Äh... Du lauten! Ich schrei nicht so laut. Ich will auch was mitkriegen. Äh... Äh... So nun auch, liebe... Hundelchen für immer. Sitz und Platz machen. Sowohl als auch. Ja, der... Äh... Die machen keine Sitzung, keinen Platz mehr, die da liegen. Die haben's hinter sich. Aber ich glaube, jetzt ist die finale Runde, ne? Runde überlebt. Äh... 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 Kann ja nochmal gucken. Ja, es steht nur Todesdings. Okay. Danach machen wir dann Schock-Kristallernte und dann erst, ne? Ja. Allerdings ist ja Level, äh... Siebzehn. Bist du weit? Ja. Wir können. Dann mal rein, jetzt fängt. Aber zum Glück, dass die Heilung nicht noch liegt, ne? Also... Das ist ja... Äh... Das ist ja so, was wir. Und jetzt... Jochen ist ja so, wie geht's. Oh nein. ja das ist schon etwas krasser jetzt muss ich hier mit granaten kommen wieder rein gerannt dann geht es weiter ach so dass du stoppe sobald einer von uns stirbt ja geht dann weiter oh da im feuer scheiße nur den einen genau da muss ich combat rifle nehmen der ist ja level 9 aber ich glaube wir fangen trotzdem wir haben dann nur noch den hier wir haben dann nur noch den als gegner also müssen nicht alle noch mal machen ja warte sollten ja wohl reichen ich müsste eigentlich nur der noch kommen wo ist er hinter uns na doch muss schwarne büße aus dem schwarzen hofft nein dann nur dann nur noch den hin schaffst du ja Ach, Mist. Wieder der. Komm schnell wieder reingerannt, da kannst du mich noch retten. Wie viel Zeit? Äh, ist gleich vorbei. Ich sterbe. Ich bin auf dem Weg. Ah, zurück. Sekunden zu spät. Ja, aber nicht schlimm. Bleibt drin. Aber warte, ich komme nochmal raus, ich muss Munition holen. Ja, das kann man. Warte mal, gibt es hier nicht eine Waffe? Ich habe jetzt nur Feuerwaffe bei mir. Ähm... Den müssen wir irgendwie anders kommen. 153. Ich habe so gerade die D. 170. Der was, habe ich einen Raketewerfer? Ja, das wäre auch gut. Die kaufe ich mir auch mal. Aber da... Feuer gehe Feuer. Trinkt das was? Nee, nee, nee. Du musst Waffen jetzt haben, die quasi... Ja, ich... Ich habe... So, ich habe jetzt drei Waffen drinne. Ohne Feuer. Ja, Raketewerfer mit Feuer habe ich nur. Das ist das Stärkste, was ich anbaut. Also, außer die Schrot. Ich Sniper hier. Ohne Effekte. Die müsste gehen. Ja, ja, warte mal. Äh, Moment, Moment. Warte, dann los mich, Schmur, tausche. Bei Raketewerfer, das geht ja nicht. Bei meinem Geschütz, äh, kein Artefakt. Dann nehme ich das Artefakt raus, weil das ist ja Feuerschaden sonst, ne? Ja. Ich nehme mich kurz raus. Da macht mein Geschütz nämlich auch, äh, Schaden. Ja. Ja, ich probiere es mal so. Nun auch ein wenig Erinnerungen von Wolfenstein. Ja, Wolfenstein hast du heute gespielt, ne? Hab ich gesehen. Ja, das spielt er wahrscheinlich da mittlerweile. Der kommt da hinten raus, das weiß ich. Da. Guck da. Wie, denn die mir alle, das ist ein Feuer, oder was? der kommt noch der ist aber hier auch level 8 den haben wir jetzt haben sie den weggelassen den feuerdings der kommt jetzt noch der kommt noch haben wir hier irgendwo heilung? warte, hier, stell die rein, stell die rein danke wieder wieder zu sehen wow, Hilfe! ja, ich bin schon dabei, also warum? warum? danke nein ah, jetzt wirst er, dass ich dir helfen will und schubst mich glatt weg Aaaaaaahhhh Runde überlebt äh, wieso kommen dann jetzt noch andere? steh ich nicht äh, komm, wir können ja rausgehen wir brauchen hier gar nicht drin sein wir haben das ja abgeschlossen, wieso kommt er da jetzt? komm die denn her? auf einmal weise so ein paar schweine, wir haben hier, ne? wir haben es geschafft der kommt und los ab da so ich geh mir da drin noch die heilung holen ach, das war ja, ne? ach, da ist der hunk wieder weg schon wieder weg? ja, dann doch wohl kein fernsehen abend bei uns ja, der weiß nicht, was er will ja, naja los, ne? so kann ich hier wieder den rein machen und hier mach mal den rein warte die rein die erstmal rein aber ich behalte jetzt mal hier, ne? so, Waffen ohne äh ohne Effekt quasi ja ist mir sicher ich geh jetzt ja erstmal Munition wieder ausfüllen die haben wir von denen gekriegt ja, das ist ja wieder so eine Tritt-Tritt ne, die will ich nicht haben ja die drei Waffen, die behalte ich mal obwohl, die kann jetzt auch mal weg so, könnte ich ihm noch ein Upgrade leisten meine Waffen sind besser als die der Karriksen Lens so Upgrade ähm ja, Revolver Shotgun das war's schon wieder das war's schon wieder ich glaub SMG fehlt mir jetzt, ne? ja, mir fehlt auch noch was aber ich hab kein Geld mehr ja so und jetzt können wir nämlich, äh Moment, die Mission erstmal abgeben fahren wir erstmal immerhin gibt's ja da XP wieder, ne? ja ja ja, diese kleinen Arenen, die werden wir überall, äh, machen, ne? ah aber wie gesagt, das DLC, die Arena, die machen wir nicht ja, das ist doch renntlich da vorne, diese andere Arena, äh da sind wir ja nur wir beide, das wird sich gar nicht lohnen wenn wir beide jetzt, äh, gegeneinander oh, Level Up ja, meins braucht noch ein bisschen ja, hier durch die ich bin, äh, mindestens ein Level hinter dir durch die Viecher, die wir gerade hier überfahren haben hm ich bin, äh, bisschen was über ein Level hinter dir mhm aber du holst schon gut auf Bremsen so gehen wir die noch schön ab warte, ich höre hier was so kann ich auch noch ein bisschen, äh so, dann kann ich noch einen Punkt verteilen natürlich in, ne, jetzt mach ich mal hier, dass der Geschütztsturm schneller wieder da ist ja auch sehr schön das ist auch gut so, ähm das was wir gerade gekriegt haben, das war auch wieder so eine Kackwaffe, ne ja, wieder so eine können wir gleich mal verkaufen ich mag diese Waffen nicht mit dem Einzelschuss ja bist du echt nur am drücken die ganze Zeit beim Revolver zwar auch, ja, aber da lohnt sich's ja, weil jeder einzelne Schuss richtig fett ist, ne ja ja so, jetzt machen wir das hier das wird spaßig das 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 problem ist, bei den der die die bringe keine erfahrungspunkte mehr ja Ja, die hier vorne, die so Level 4, 3 sind, äh, das ist... Ich bringe gar nichts mehr für mich. Kurz überlegen, ja, hier hin. Oh. Ein paar überfahren hier. Warte, da kommen wir noch. Geben zwar auch nicht so viel, aber damit sie uns nicht hinterher rennen. Ja, die würde uns eigentlich nur belästigen. Ja. So, und hier ist auch schon C, und hier sind wir richtig. Hier müssen wir nämlich rein. Wacht. So, auch für heute, dann allen eine gute Nacht gekommen wohl. Grüße an beste Schauspieler, auf beste Kanal raus. Nun, Wohlsin. Ah ja, Hong, willst du schlafen gehen? Ja gut, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Frank. Schlaf schön. Wir machen noch bis 22, eine Stunde ungefähr. Ja, ungefähr ein stündchen. Genau. Au. Da vorne waren wir schon unsere Freunde. Ach, verdammt, den kann ich mir nicht leisten. Finde ich ja jetzt übel. Kann ich noch was verkaufen? Naja, das würde es nicht bringen. Naja, egal. Na, warte. Wenn ihr die genau ins Auge trisst, äh... ...dann gehen sie gammeln. Die geben richtig gut XP. Ja. Eieieiei, hör auf zu schießen. Kleine Arf. Ja, ja, vergrab dich mal. Ja, das ist klar. Die geben richtig gut XP, die, äh... ...die, äh... ...die, äh... ...die Viecher. So eine Art Außerirdischen. Ja, Radewerker braucht zwei Halbjur, wie so ein Nullart. Aber, bei denen Viecher bringt's was, ne? Ich hab auch grad wieder jetzt 2000 XP gekriegt, weil ich hier die Haufen, äh... ...durchwühle. Ja. Ja, das sind dann, äh... Warte mal, wo kannst du das nachschauen nochmal? Ach, da oben. Da oben hast du ja so, wenn du jetzt bei Missionen guckst, ne? Und ganz oben, da ist ja so eine, äh, so eine Art Trophäe, äh, ne? Dann hast du so Orden, und dann hast du ja diese Kassette. Ja, und da bei der Orden, glaub ich, wenn du da rüber wechselst, weiß ich jetzt aber nicht, wie ich rüber wechseln kann. Ähm... Oh, da steht Leertaste. Ja, das ist, äh, LR, glaub ich. Ne, RB. Das ist die Schul-Date, hast du. Ne. Na, ist ja egal. Da kann man jedenfalls die, ähm... ...einzelnen, äh, Missionen... Ja. Hier müssen wir diese, diese Schock-Kristalle hier, die hier... Die müssen wir sammeln. So, da gibt's aber, hier oben kommen gleich so eine, großen Skeks wieder. Äh, ich hab mit Absicht... Ach, die gehen ja, die sind ja in Level 6. Ja. Ja, die sind ja in der Sonne, äh. Versuch von oben, wir kommen noch, Leute. Ja, ja, ich hab... Einer rennt hier noch rum. Ja, wo bist du? Das Fass hat, das Fass hat ihn weggesprengt. Ne, da oben gibt's nämlich, glaub ich, auch nochmal, äh, Kristalle. Ja, hier stehen sie schon. Die sollte ich aber lieber nicht mit der... Lieber mit der hier. Ah, hier sind auch noch welche hingeflogen. So. Jetzt können wir unten weitermachen. Ja. So, dann noch viel Erfolg für beste... ...undeflüsterer gekommen, so hohe. Ja, Honk. Ja, Erfolg hat das hier nicht viel zu tun, ne? Man macht einfach, äh, alle Missionen... ...und kämpft sich so langsam durchs Spiel. Ja, der war gleich. Der auch. Ja, der schießt die wirklich, wenn du die ins Auge schießt, ne? Sind die sofort tot. Ja. Cool ist er. Oh, da hinten sind auch nochmal welche. Wackel, lass mich schaden, Tanne. Das geht ein Wumpfs. Wieder ins Auge. Easy Boah, das geht einen Wumms Das hat gerade gewumms, wo du da gegen die Dinger geschossen hast Ja, das war aber nur ein Schuss So, jetzt wird es langsam kritischer, glaube ich Moment, lass mich hier noch ein bisschen Rakete Erstmal hier hoch, den Safe Point nehmen Und hier eine Waffenkiste Versuch die Komme Ich sehe es, ich sehe es Oh, da ist ein Blauauge So klein kann ich ja echt mit zwei Schuss, manchmal ein Schuss sogar Blauauge sei erledigt So, was haben wir denn hier Scheißwaffe und noch eine Scheißwaffe Zu gucken kommt, zwei kommen mit Reifel, aber mit Einzelschuss So Warte, hier steht noch einer in der Luft So, hier oben müssen wir jetzt Moment, ich will erst nur hier ohne den Ah, geh nicht so hinten weiter, so nah da Nein Geschütz, räumt auf Geschütz, räumt auf Wer besitzt die Frechheit und schiebt mich weg? So, da oben ist aber noch einer Kommt jetzt Und dann noch einer, ja da kommt noch einer Oh, ein Blauauge Ein Blitzer Der kommt gleich da oben Ich hab nur ein paar kleine hier Naja Ah ja, der Der blutet brennt schön Jetzt kommt er Und noch einer, ein normaler Boah, wieso weg der so schnell? Den hast du, ne? Ja Boah Versuch, äh, sind noch Voll in den Arsch Geschossen Aber voll eine verbläht Oh, hier ist noch ein Gift, Heidi Ja, aber großer Ja, aber Level 6 Alter Schwede Ich brauch einen Muni für meine Revolver Ja Das müsste hier oben eigentlich keiner mehr sein So Da haben wir auch ein paar Ah, schön, Revolver wieder wechseln Haben wir wieder ein bisschen Muni Ich brauch Muni Weil, viele haben ich nie mehr Hier ist noch eine Waffenkiste Wo bist du? Äh, ja, Schrot Kannst du alles nehmen, wenn du willst Äh, da sind beides Schrot, gell? Ja, ja Ja, ja Es mal 8 Es mal 11 die 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 so dann merke ich mir mal noch eine zu nennen äh Daniel kannst du die zwei Waffen nehmen ja ja bist du schon wieder voll ja ich müsste eigentlich schon wieder zurück um äh alles zu verkaufen können wir machen na gut dann lass ich schnell zurück aber warte ich muss gucken wo die Schrot hier ist kommst du? geh moment äh äh hätt sie hier runter springen können hätt sie hier runter hätt sie hier runter gehen wir nochmal schnell zurück ja ja so schnell spawnen die ja nicht ja 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 Anjo paar Minuten gehen kann ich wenigstens nochmal hier Revolver voll auffüllen ja verkaufen weg 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 ich werde wieder so weit Du bist da? Moment 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 Oh kaa Level 16 Na wer schleicht denn hier unten lang? Hm, Peter So Ja, ich bin Bald bin ich 17, also Ich bin bald 18 Ja, ich denke, Mo, das ist das ganze Spiel lieber so ist, dass ich ein Level hinter dir bin Ne, ne, das holst du auch, glaub mir, weil du kriegst, solange du unter mir bist, wie gesagt, kriegst du immer ein bisschen mehr XP Hier lag ja noch Hier lag ja noch So, jetzt geht hier die Schlacht weiter Hier haben wir auch wieder einen Claptop Alter, die schießen ja auch mit, äh, Kack-Waffen ? ? ? Das war's. Ich werde niemals sterben! Den da hin! Scheiße, jetzt liege ich! Hilf mir! Wo bist du? Hier! An der Ecke! Vorne am Zaun! Ja! Du wirst sterben! Freund Blase! Das hast du nicht umsonst gemacht! Ja, Klebby! Was hast du denn? Nehmen wir dich mal an! Ja, hält wie ein kleines Kind! Ja! So, komm mit! Hier hinten gibt es noch was! Ja! Also da hinten meine ich jetzt! Ja, ich bin noch am Sammler! So! Erstmal die Kristalle! So, da haben wir jetzt... Bleib nur stehen! Ja! Ja! Ich gebe es hier hoch! Hier ist noch eine Munitionskiste! Hier ist noch eine Waffenkiste! Hier ist noch eine Waffenkiste! Ja! 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 Kann ich hier nicht! So! Die nächste Bande... Gutes Bande... ...lauert hier irgendwo! Oh! Oh, da sind blaue Augen! Ja! Ich bin schon... Kümmer, du dich um die andere! Oh, scheiße! Ich seh nichts! Ja! Ich bin gleich weg! Ja, ich auch! Du hast noch zwei Schüsse nicht gebraucht! Dann wäre der Rechte weg! Ja, ich habe gesehen! Ich habe meine Hand aber dann auch nachgeladen! Mist! Na wartet hier! Schweine! Wo war das jetzt? Ach, wir sind hier am Anfang! Okay, dann können wir hier nochmal... Ja! Oh, die Viecher sind auch wieder da! Ja, wir haben es gerade gesehen! So! Dann können wir ja hier gleich mal wieder Aliens... ...abschießen! Gibt wieder schön XP! Ah! Und Level Up! Oh nein! Oh nein! Diese hier ist langsam im Schieße, ne? Aber wenn die trefft, dann richtig! Mal rein kurz mal ein Level abnehmen! So! Der war auch Headshot! Ja klar, jetzt ist so viel Zeit vergangen, dass die wieder gespawnt sind! Ja! Könnte sein, dass... Woanders! Hier berg hoch, gell? Ja! Hier durch! Hier war das! Ja! Ja! So! Na ja! Könnte... ...Deckung gehen! Boah, dieser Blauauge! Schmeißt der mit Granaten oder so? Keine Ahnung! Ach komm den kriegen wir Jetzt kriegen wir ja hin Jawoll Das letzte mal uns verarscht hier Hier liegt Teilung da vorne Hier ein Raketenwürfer Ah einen Schuss Der ist für'n Arsch Raketenwürfer war ich schon Gut Noch einer Jojo dann haben wir 40 Jetzt haben wir 40 Ok 10 noch Ja stimmt Aber Moment Ah siehste Ich hätte Granaten schmeißen können Ich bin Schieße wie so ein Irrer Mit der Mit der Mit der Ich hätte eine Vogel loslassen können Und vergesse voll Dass ich ja noch reichlich Granaten habe Ja nicht nur du So Hier kommen jetzt Ja Das nächste Mal durch mich daran erinnere Das ich äh Dieses Heilungskraft Äh Ja äh Nehme So Hier kommen auch ganz schön Mistviecher Ja Ich glaube die haben wir alle Weggeschmort Ja Ja Mein Vogel hat aber auch gute Dienstleistungen gemacht Ja ja hab gesehen Ja ja hab gesehen Ach wie haben wir die Mission haben wir erledigt Wieso Ja Ist abgehakt Ja Bei mir hat es ein bisschen gedauert Es ist so ein Scheiß Ja ja Bei mir hat nämlich noch 48 gestanden Hallo Hehehe Ha Kuro du Hallo Schönen Abend Ich glaub du bist gar nicht mehr da ne Doch Bist du noch da? So Ich will dich mal rumschreien Ja Ich versuchte Sinn um Woher kommt der andere? Was meinst du Orca? Der mit mir mitspielt? Ja kennst du doch auch Orca eigentlich Ja Moment Hier ist die Übernahme Ich höre ganz wenig Grund hier Na ja hier Öl Ja So Euiuiui Ja Ich muss auch mal Ne Kenn den nicht Ach kennst nicht Orca Ja das ist Orca Der war auch immer bei Bei Coolhead mit dabei Okay Naja weil er vorher bei mir hier Äh Keinen Zuschauer angezeigt hatte Da dachte ich du wärst schon wieder Wieder weg So Die kommen aber auch nochmal weg Ja Ja Ah 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 Das ist schon ein Bischof. Nein, ich bin zurück teleportiert worden Ok, ich versuche mal das hier alleine Ich komme aber gerannt Ich bin nur unterwegs Naja, bis jetzt habe ich keine Schwierigkeiten So, da haben wir Klaptop sein... Wollen wir da nochmal zurück gehen? Oder ne, auf dem Rückweg machen wir das Was? Na, mit Klaptop sein Reparatur-Klid Die Stelle hier ist... Ich weiß nicht, wollen wir die überhaupt machen? Das ist da hinten sind zwei... Also da hinten sind zwei Waffenkisten da hinten, ne? Ja... Aber hier kommen übelst viele harte... Also die Großen... Die Großen kommen hier, ne? Viele... Na warte... Wenn ich mich mit Sniper hier positioniere... Die Alpha Dinger... Da siehst du schon... Sehr oft gestorben hier... Ich kann es natürlich versuchen... Ich kann es natürlich versuchen... Ich kann es natürlich versuchen... Ja... 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 Bis jetzt geht es... Aber da kommen noch... Ich habe die nicht. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja, ja. Jetzt haben sie dich erwischt. Ja. Ich weiß nicht genau, ach du bist wieder da. Ja. Ja. Dass die brennen. Ja, das ist gut. Ey, mich hat er runtergeschubst, die Sau. Das gute alte Borderlands, ja. Ja, da wollen wir jetzt den ersten Teil durchrocken, plus alle DLCs. Dann den zweiten Teil. Da allerdings ohne DLCs. Und dann noch den, wo es im Weltraum da stattfindet. Ja. So, ich muss jetzt erstmal auch wieder dahin rennen. Ja. Ähm. Dürften ja nicht mehr viele sein da, ne. Wir haben ja jetzt richtig viele weggerotzt. Äh. Ein einziger, äh, sie nicht. Ah, hier. Renne. So, tschüss Kowski. Ja. Die Heilung muss ich, äh, nehmen. Ja, ja. Nehmen wir euch. So, dann können wir jetzt hinten die wohlverdienten zwei Kisten öffnen. Ja, für Rakete Waffen keine Munition mehr. So, hier haben wir Sniper auf der Seite. Und hier haben wir Revolver. Ja, pff. Ja. Der, drei Schuss ist scheiße. Ja, der hier mit Explosion wäre vielleicht gut, aber... Naja. Mit Solos wäre wollen wir mitnehmen zu verkaufen. Ja. Ja. So, dann können wir hier oben glaube ich wieder runter springen. Da haben wir schon mal ein Stück abgekürzt. Äh, Moment, ne. Äh, Moment, ne. Wir rennen in die falsche Richtung. Das ist immer falsch. Ja, ja, da oben runter springen, aber hier lang. Halt. Halt. Gewoll war. Die nehme ich natürlich gerne mit. Halt. So, jetzt gehen wir den Klappi. Hier dürfte ja noch nichts gespawnt sein. Wir waren ja ziemlich schnell da hinten. Alleine habe ich immer ewig gebraucht, da die ganzen Riesen-Skegs wegzumachen. Äh. So, und es gibt wieder ein Upgrade. Das kannst du wieder im Inventar, ne? Ja, wieder anklicken. Genau, da gibt es drei Plätze mehr. Jetzt haben wir 18 Plätze. Oh, ich glaube, der zeigt uns kein Geheimnis, oder? Ne, ich glaube, der vertanzt bloß. Okay. Ja, er geht zwar dahinter. Oh ja, nun! Ah! Hm! Ne, ne, der zeigt uns kein Geheimnis. Ne, ne. So, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Moment. Kannst du durchrennen eigentlich. Ich muss jetzt die Gags mehr töten unbedingt. Außer diese außerirdischen Viecher. Die reizen einen ja schon, weil die so viel XP geben. Ja. Weil, hinter mir sind sie grad gespawnt. Ja, nicht. Naja. Ah, willst du, äh, Fernisparer? Ja. Ja, ja, die, ja, weil die geben, äh, XP. Oh. Die hätten wir dann auch schon wieder. Ja. Ach, hier ist noch einer. So. Die hätte sich schnell mit noch zu anlegen sollen. Die hätte sich schnell mit noch zu anlegen sollen. Hier liegt noch Heilung. Ja. Ja, hat sich einfach mit falschen Leute angelegt. Ja, vielleicht kommen die ja hier vor. Ne, hier vorne kommen sie nicht. Hier haben wir ja vorhin schon das zweite Mal platt gemacht. Ja. Ja. So, dann hier Munition das mal auffüllen. Ja, eigentlich nur, nur Revolver bei mir. Ach, ich kann mir noch mal upgrade, äh, SMG kann ich mir jetzt noch holen. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Müsste ich alle haben. Äh, Moment. Obwohl ich SMG zwar höchstwahrscheinlich gar nicht nutze. Okay, bin dann mal weg. Gehe feiern. Ja, viel Spaß beim Feiern. Kurudu. Die hätte ich doppelt. Das hier, das hier. So, dann geben wir dann erstmal die Mission noch ab. Und, ähm, die geben wir erstmal ab. Ach so, habe ich noch was gefunden zum Verkauf. Boah, hier hab ich ja so viel drinne. Weg, behalten, weg, äh, behalten. Weg, weg. Ah, der mit Explosion, ja, den behalte ich mal. Ich glaube, ich habe jetzt alle, ab geht's. Das auch weg, ja. Das ist doch super, siehste. Das passt schon immer, dass man sich alle kaufen kann mit der Zeit. Ja. Ne. Okay. Ja. 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 Ich meine, das ist ein Gefährt. Wir motzen deine Karre auf. Ja, wir motzen deine Karre auf. Ja, wir motzen deine Karre auf. Ja, da fahren wir danach gleich hin. Wo? Nein, zu den Jab Enders hier. Aber erstmal wollte ich hier die, äh, Kristalle abgeben. Ja. Oh, da kriegen wir einen neuen, äh, neuen Artefakt für, äh, kannst du jetzt austauschen, ne, bei den Fähigkeiten an der Seite. Warte, Feuer ist ja drin und da könntest du jetzt auch, ähm, ne, ach, ich muss ja erstmal, Schock Artefakt, kannst du, äh, beim, äh, Inventar Rucksack, musst du das erst anklicken. Und dann könntest du das hier, aber sollte ich Feuer, ne, ich lass mal Schock drinnen. Okay. Also erst in dein Inventar Rucksack, da müsste jetzt, äh, ein Schock Artefakt drin sein, das klickst du an. Ja. Und dann kannst du bei, äh, wo dein Fähigkeitsbaum ist, da kannst du dann links oben wechseln auf Feuer oder Schock. Ne, da hat entweder dein Vogel Blitz oder Feuer. Ah, Moment. Aber ich glaube in 20 Minuten schaffen wir nicht, äh, das nächste hier. Wollen wir nicht da hier heute denn hier jetzt Schluss machen und, äh, beim nächsten Mal die Mission machen, weil die ist, dauert auf jeden Fall eine knappe Stunde mindestens. Ja. Sonst sind wir, sonst machen wir da wieder die Hälfte, kämpfen uns da die Hälfte durch und müssen wir dann, äh, beim nächsten Mal dann wieder alles von vorne. Weißt du? Ja. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir auch mal hier Schluss, oder? Ja. Muss ja nicht immer über drei Stunden gehen. Deswegen. Ja, Leute, dann sagen wir mal für heute, äh, sagen wir mal für heute ist es dann geschafft. Wir haben eine Menge heute geschafft, ne? Ja. Würde ich sagen. Ja. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt Borderlands mit mir und den Orca. Tschaui. Bis zum nächsten Mal! Ciao!